Merk, Freunde, Bestürmer der Felsen, reicht euch die Bruderhand. Vergesset allen Hade, weiß von euch Streit und Zankt. Vergesset allen Hade, weiß von euch Streit und Zankt. Töne Drah, Töne. Juhtenakud vydalášti, vole? Musím sliknout. Přesně před stolety německí i nemeččí lesci vylezli krále. A my jsme to po stoletech zkoušeli zopakovat. I s pochodem z Chelmska. Oni, Němci, tenkrát jezdili do Chelmska vlakem, protože byly levnější lístky než do Hádru. und da in der Nähe von Bukow, die durch die Bukowsehege, was ist das? Das ist eine Schlüssel akte. Was? Die Niemö sind immer sehr gut. Ja, du bist du? Ja, du bist du hier. Ja, du bist du hier. Du bist du hier. Und du bist du? Ja, du bist du. Du bist du. Dann gehen wir weiter? Ja. Tschüss. Servus. Servus. Ich habe auch den Asporn, ja keine Ahnung. Du bist so gemacht? Ja, ich bin schon im National Training, speziell hier. Ja, ich kann da. Das ist gut. 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 Wir haben mit dem Schlemsen, Herbert Richter, ein sehr altes und guter. Der war in der Nacht hat eine gewisse Kontrolle. Er wollte sofort festhalten, dass er nicht kann. Er hat gesagt, dass er 100 Jahre alt ist. Er hat gesagt, dass er eher in der Nacht wird, als dass er 100 Jahre alt ist. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Andi Stefan. Er ist Niemann. Ich habe heute. Stanislav Cheip. Das ist gut. Wir sind hier. Lukas Czerny. Das ist vielleicht schon der Kameramann. Hier ist es. Hier ist es. Ich habe heute mal gemacht. Ich habe jetzt mal die Tatjik. Luca ist es gut. Herr Herschwein. Herr Herschwein ist guter. Es ist guter. Es ist guter. Es ist guter. Aber es ist guter. Ich bin der Schöne, ich bin der Schöne. Ich bin der Schöne. Ich bin der Schöne, ich bin der Schöne. Die Schöne ist ja nicht so, wie ich sie verstopfen. Die Schöne ist für fünf Jahre. Da sind zwei Kruhungen und die Schöne sind noch zwei Schöne. Das ist eine sehr sicherlich eine Schöne. Das ist eine sehr gefährliche Schöne. Wir haben uns in 1979. Wir haben uns in etwa 10 Jahre lang. Wir haben uns mit Brachl vor 40 Jahren gelebt. Wir haben uns vor 40 Jahren gelebt. Das war für uns sehr viel. Manfred Vogel, wenn ich ihn auf Telefon gefragt habe, ob er in der Hand ist, kann man gehen. Er war so froh. Manfred ist ein Lezec, der lebt jeden Tag in Sascha. Es ist auch ein wirklicher Freund. Manfred hat sich nicht nur noch etwas an. Es ist ein Lezec von Anfang an das Konto. Wenn ich heute Abend nach unten, dann habe ich mich gefragt, Mannfreid, ich denke, dass wir nicht nur ein Leze nach vorne und wir alle auf der Lange sind, sondern wir werden. Das ist immer mein Freund. Der ist nicht nur leger und bereit, sondern auch in den Kruhen und dann auch in den Kruhen. Manfred hat also riskiert für den ersten Kruhen. Das ist nun total nicht gefährlich. Aber er hat auch über 70 Jahre alt. Aber für mich war es noch eine kleine 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 kleine. Manfred hat wirklich sehr gerne. Du bist da? Nein, nein. Nein, 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 nein. Aber du kannst reingehen, Manfred, schon jetzt sofort. Nicht mehr einholen. Ja, ist gut. Manfred, ich komme. Du kannst einziehen. Ist auch nicht mehr so gegeben, Barbus, oder? Ja, mein Problem ist die Hosen. Sie sind so eng. Ach, die Hosen sind. Ich kriege die Knie nicht hoch. Die Stehhosen sind das. Ich kriege die Knie nicht hoch. Ich kriege die Knie. Die Knie nicht hoch. Ja. Ich schraube wieder zu. Ja. So. Okay. Geht ihr rüber, ne? Ach, sie rüber und dann oben übertreffen. Dann bin ich vor. Ich bin noch weiter. Ich bin noch weiter. Undro. Undro. Na viel mehr. Ich bin noch mehr. Ich bin ein bisschen hoch. Ich bin noch mehr. Ich bin noch mehr. Undro. Du musst bloß noch mal das Seil ein bisschen hinter dir rumlegen. Du musst, einfach nicht. Du musst dich schocken. Du musst dich schocken. Du musst dich an. Jao, Linda. Gerne. Sehr gut. Du sollst du nicht kreieren. Ja, alle, abgeholt. Die Krähe. Ondra Getzbach nur zum Muzhu schießt. Ondra ist ein Lesez und ich bin ein Spassvogel. Es sind feine Kameraden und ich bin hier sehr froh. Es ist ein Stolet Krále, das bedeutet, dass wir mit Kameraden aus der ganzen Republiken. Und dann haben wir es in den Niemischen und Chesischen Lesez. Es ist ein Klassiker, wie sie vor 100 Jahren. Andi, du kannst du mich verraten. Was das für mich bedeutet? Das kann ich nicht sagen. Ich habe hier Kameraden, ich habe hier die Situation. Alles ist für mich total wichtig. Es ist sehr wichtig und sehr gut. Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!